Kochen und Backen 5.5.2020 mit Fernsehkoch Selzamek kennt sie YouTube 201-300 Gramm Mehl Eine Prise Salz 60 Gramm Zucker Eine türkische Lira Vanillepulver Klammer auf Dürschen Klammer zu Eine türkische Lira Abgeriebene Bio-Zitronenschale Schrägstrich Zwei Würfel Hefe Klammer auf ca. 21 Gramm Klammer zu 125 Milliliter Warme Milch 50 Gramm Weiche Butter 5 Eigelb Klammer auf M Klammer zu 2 bis 3 säuerliche Äpfel 2 Esslöffel Zitronensaft 500 Gramm Schmand 70 Gramm Plus 1 Esslöffel Puderzucker 170 Gramm Angedickte Preiselbeeren Klammer auf Glas Klammer zu N Das Mehl mit Salz Zucker Jede Hälfte des Vanillepulvers und der Zitronenschale mischen Hefe in der Milch auflösen Mit der Mehlmischung Butter und ein Eigelb Zu einem glatten, geschmeidigen Teig verkneten Den Hefeteig zugedeckt ca. 30 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen 2 Backofen auf 200 Grad vorheizen Äpfel waschen Nach belieben schälen Halbieren Entkernen und in sehr feine Schei Ben hobeln oder schneiden Die Apfelscheiben mit Zitronensaft beträufeln Schmand 70 Gramm Puderzucker Restliches Vanillepulver Restliche Zitronenschale Und restliche Eigelbe verrühren Jede Hälfteig auf einem mit Backpapier belegten Backblech Klammer auf ca. 40 x 35 cm Klammer zu Ausrollen Dabei einen kleinen Rand hochziehen und anbrücken Schmandapfelspalten und Preiselbeeren Nacheinander darauf verteilen und mit Rest Puderzucker bestäuben Ca. 20 Minuten backen Abkühlen lassen und in Stücke schneiden 300 Gramm Mehl 1100 Gramm Zucker 200 Gramm kalte Butter 1 Beutel Mohnback Klammer auf 250 Gramm Klammer zu 3 Eier Klammer auf M Klammer zu 100 Gramm Mirabellen Konfitüre Zum Beispiel Bonne Maman 500 Gramm Schmand 80 Gramm Zucker 30 Gramm Vanillepuddingpulver Abgeriebene Schale von 1,5 Bio Zitrone 150 Gramm Mirabellen Konfitüre Zum Bestreichen Mehl mit Zucker Vermischen Butter in Stücken zugeben Durchgehacken Bis trockene Krümel entstirgen Dann mit der Hand zu glattem Teig verkneten In Folie wickeln Ca. 30 in den Kühlschrank legen Ofen auf 180 Grad vorheizen Teig auf ein Stück Backpapier 25 x 25 cm groß ausrollen Backpapier auf Backblech heben Backramen um den Teig setzen Teig mehrmals mit einer Gabel einstechen Für den Belag Mohnbackmischung mit 1 Ei und Konfitüre verrühren Auf dem Teig verstreichen Schmand mit Zucker Restlitzen Eiern Puddingpulver und Zitronenschale verrühren Auf der Mohnmasse verstreichen 30 bis 35 Minuten backen Auskühlen lassen Konfitüre darauf verstreichen Zutaten für 2010 Stücke für den Teig 300 Gramm Mehl Eine Prise Salz 100 Gramm Puderzucker 1 BK Vanillezucker Etwas abgeriebene Schale von 1 Bio Zitrone 1 Eigelb 200 Gramm kalte Butter für den Belag 800 Gramm Zwetschgen oder Pflaumen 50 Gramm gemahlene Mandeln Haselnüsse oder Walnüsse 20 Gramm Zimtzucker 100 Gramm Mehl 175 Gramm Zucker 75 Gramm Butter 11 Prise Salz Etwas Vanillezucker Teigzutaten mischen Butter i dabei mit einem Messer in Stücke hacken Glatt verkneten In Folie wickeln 30 Minuten kalt stellen Zwetschgen putzen Waschen Halbieren und Entsteinen Ofen auf 180 Grad vorheizen Mürbeteig 4 Millimeter dick ausrollen Kleines Backblech 30 x 20 cm Damit ausschlagen Überstehen Den Rand abschneiden Den Boden mit Hälfte der Mandeln bestreuen Zwetschgen kreisförmig und dachziegelartig darauf verteilen Mit Zimtzucker und restlichen Mandeln bestreuen 3 Alle Streuselzutaten krümelig verkneten und auf den Zwetschgen verteilen Im heißen Ofen ca. 60 Minuten backen Apfelpfannkuchen Dieses fruchtige Rezept lässt auch die Herzen von Erwachsenen höher hüpfen Null Größe als zunächst die Eier trennen und das Eiweiß mit einem Mixer zu festem Eischnisch lagen Das Eigelb zusammen mit dem Mehl, der Milch, dem Mineralwasser, den 100 Gramm Zucker und eine Prise Salz in eine große Rührschüssel geben Etwas Vanille aus der Vanillemühle oder Vanillezucker dazugeben Alles zu einem glatten, dickflüssigen Teig verrühren Anschließend den Eischnee unterheben Die Äpfel schälen und in kleine Stücke schneiden Mit etwas Zitrone beträufeln Dann die Stückchen in eine Pfanne geben Dazu kommt ein kleiner Sei-Esswasser Etwas Zucker, Zimt und Vanille Das Ganze kurz andünsten und dann unter den Pfannkuchenteig heben Etwas Pflanzenöl in eine nicht haftende Pfanne tropfen Und die Apfelpfannkuchen darin auf mittlerer Temperatur Von beiden Seiten goldbraun backen Danach mit etwas Zimt und Zucker bestreuen und genießen 300 Gramm Zartbitterkuvertüre Geackt 3 Eier Klammer auf M Klammer zu 80 Gramm brauner Zucker Eine Prise Salz 1 Schrägstrich ZTL Zimt 150 Gramm Walnusskerne 80 Gramm Mehl 1 Esslöffel Backpulver Eine Vanilleschote Aufgeschnitten 200 Milliliter Weißwein 100 Gramm Zucker Eine türkische Lira Bio-Zitronenschale 3 Birnen Geschält In Spalten 100 Milliliter Birnengeist 6 Blatt Gelatine 3 Eigelb 70 Gramm Mascarpone-Sahne IS Chokko-Späne Ofen auf 180 Grad vorheizen Kuvertüre über dem Wasserbad schmelzen Eier Zucker Salz Eine türkische Lira 1 Zimt 5 verrühren Hälften Nüss Sie nicht zu fein mahlen Mit Mehl und Backpulver mischen Hälfte Kuvertüre und Eischaum rühren Nussmischung unterheben Teig in gefettete Springform Klammer auf 20 Zentimeter 0 Klammer zu Füllen Circa 25 Minuten backen Vanilleschote Wein Zucker Zitronenschale Aufkochen Birnen darin Circa 5 Pochieren Fond auf Circa 130 Milliliter Einkochen Birnengeist Unterrühren Gelatine Einweichen Eigelbe Weinfond Rest Zimt Überm Wasserbad Aufschlagen Gelatine Darin Auflösen Kalt schlagen Mascarpone Unterrühren Sahne Steif Schlagen Hälfte Unterheben Bodenwaagerecht halbieren Unterheben mit Tortenring umschließen Hälfte Birnen darauf geben Hälfte Creme aufstreichen 2 Boden auflegen Mit Rest Creme bestreiten Rest Birnen darauf verteilen Circa 3 Stunden kühlen Tortenrand mit etwas Sahne bestreichen Rest Kuvertüre nochmals schmelzen Rest Nüsse hacken Streifen Backpapier Klammer auf Circa Höhe und Umfang der Torte Klammer zu Mit Nüssen bestreuen Kuvertüre streifenartig darauf verteilen Bevor sie ganz fest ist Papier an die Torte Legeen leicht andrücken Kurz kühlen Papier entfernen Mit Rest Sahne und Schokospänen verziehen 180 Gramm Zucker Eine Prise Salz 1 Ei 1 Eigelb 1 Abrieb von 1,5 Bio Zitrone 1125 Gramm kühle Butterwürfel für die Fülluni 1 Kilogramm Birnen 1 Saft von 1,5 Zitrone 120 Gramm Gemahlene Mandeln Die 2 Eier 350 Milliliter Sahne 1 Zimt 1200 Gramm 1 Salz 50 Gramm Zucker 50 Gramm Gehobelte Mandeln Eine Birne Ofen auf 200 Grad Vorheizen Teigzutaten verkneten In Folie wickeln Kühlen Birnen waschen Achteln Mit Zitronensaft beträufeln Teigrund Klammer auf Circa 32 Zentimeter 0 Klammer zu Ausrollen Gefettete Gemählte Springform Klammer auf 26 Zentimeter 0 Klammer zu Auskleiden Mit Mandeln bestreuen Birnen kreisförmig darauf geben 20 Backen Eier 250 Milliliter Sahne Zimt Creme Freiche Salz Zucker Verrühren Mandeln rösten 30 Gramm davon Auf die Birnen streuen Sahneguss Auf den vorgebackenen Kuchen gießen Ofen auf 180 Grad Herunterschalten Circa 35 Minuten Weiter backen Danach auskühlen lassen Kuchen mit den restlichen Mandeln Bestreuen Restliche Sahne Steif schlagen Als kleine Rosetten Auf den Rand der Torte Spritzen Birne waschen Vierteln Entkernen Und in dünne Schnitze schneiden Torte damit dekorieren 1270 g Weiche Butter 1320 g Zucker Salz 1420 g Mehl 70 Gramm Kakao I Eine türkische Lira Backpulver I 1 Kilogramm Birnen Eine Zimtstange 1200 ml Birnen- oder Apfelsaft Tee 3 Esslöffel Zitronensaft 600 g Doppel-Ram Frischkäse 50 ml Schlagsahne 12 BK Vanillezucker 12 Eigelb 2 Eier 200 g Zartbitter Kuvertüre 150 g Butter 170 g Zucker Und gute Prise Salz Cremig rühren Gemell Kakao Und Backpulver Siebenzchen Krümelig Unterkneten Streusel Ind 30 Kaltsteller 4 Ofen Auf 200 Grad Vorheizen Birnen Schälen Würfeln Zimtstange Birnen Zitronensaft Und 120 g Zucker Aufkochen Birnenwürfel Darin ca. 5 Minuten Dünsten Im Sieb Abtropfen Lassen Fond Auffangen Fond Um die Hälfte Einkutschen Und etwas Abkühlen Lassen Fond Frischkäse Sahne Vanille Zucker Rest Zucker Eigelbe Und Eier Verrühren Restmehl Und Errühren Birnenstücke Unterheben Hälfte Spreusel In gefetteter Springform Klammer Auf 26 cm 0 Klammer Zu Als Boden Andrücken Käsemasse Einfüllen Rest Spreusel Daraufgeben Ca. 45 Minuten Backen Auskühlen Lassen 2 türkische Liga Backpulver 1 türkische Liga Zimt 200 g Zucker 1 Prise Salz 120 g Marzipan Rohmasse 110 g Butter 2 Eier Klammer Auf M Klammer Zu 280 Soja Drink Zum Beispiel Alpro Ofen Auf 170 Grad Vorheizen Pflaumen Waschen Entsteinen Vierteln In ein tiefes Backblech Gebenn Vanillemark Mit Zuckermieschen Über die Pflaumen Geben Zimtstange Dazulegen Im Ofen 15 bis Klammer Auf Mitte Klammer Zu Garen Aus dem Ofen Nehmen Und abkühlen Lassen Ofen Auf 180 Grad Hochschalten Muffinblech Mit Papier Förmchen Auslegen Orangenschale Abreiben Mit Mehl Backpulver Zimtzucker Salz Mischen Marzipan Rohmasse Darüber Reiben Butter Schmelzen Etwas Abkühlen Lassen Eier Und Sojadrink Zufügen 80 Gramm Vom Pflaumen Kompott Unterrühren Mehlgemisch Ganz kurz Untermischen So dass die Zutaten Nur gerade eben Vermischt sind Klammer Auf Das ist sehr wichtig Sonst gelingen Die Muffins Nicht richtig Klammer Zu Teig Bergartig In die Formen Füllen 30 bis 5 Unbacken Abkühlen Lassen Eventuell Mit Puderzucker Besteuern Mit Rest Kompott Servieren Das Koriandergrün Abspülen Trocken Schütteln Und Verlesen Einige Stängel Zum Garnieren Beiseite Gehen Die restlichen Blättchen Mit den feinen Stielen Grob schneiden Die Peperoni Längs halbieren Von Stielansatz Und Kernen Befreien Abspülen Und in Stücke Schneiden Den Knoblauch Abziehen Und vierteln Das Toastbrot Entrinden Und in Würfel Schneiden Koriander Peperoni Knoblauch Brot Sonnenblumen Kerne Rinderbrühe Und Öl In einen hohen Rührbecher geben Und mit dem Pürierstab Zu einer glatten Paste verarbeiten Sollte diese zu fest Sein Noch etwas Rinderbrühe Einrühren Die Soße Mit Salz Abschmecken Die Zutaten Klammer auf Für zwei Für das Pesto 60 Gramm Feldsalat Ein Halb Bio-Zitrone Ein Drittel Chili 40 Gramm Kürbiskerne 20 Milliliter Kürbis Kernöl 30 Milliliter Olivenöl Mehr Salz Und Pfeffer Für die Suppe Zwei Schalotten 1 Zentimeter Großes Stück Ingwer Zubereitungszeit Etwa Nudeln In reichlich Salzwasser Nach Packungsaufschrift Bis fest Garen In der Zwischenzeit Die Sonnenblumenkerne Für die Garnitur In einer trockenen Pfanne Goldbraunrösten Die Nudeln In ein Sieb Abgießen Kurz abtropfen lassen Und in einer Vorgewärmten Schüssel Mit der Soße Vermischen Auf vorgewärmte Tiefe Teller Verteilen Mit den Sonnenblumenkernen Bestreuen Mit den zurückgelegten Korianderstängeln Garnieren Und sofort servieren 350 Gramm Butter 1350 G Zucker 11 Vanillezucker 1 Salz 14 Eier Klammer 1531 Gramm Speises Minus 7 bis 4 Speisestärke Mischen Unter den Teig Rühren Auf ein mit Backpapier Belegtes Backblech Streichen Hellrest Butter Zucker Mehlnüsse Und Marzipan Mit Knetaken Z-Unterstrich Streuseln Verarbeiten 8 Birnen Entkernen Fächerförmig schneiden Mit 5 Esslöffel Zitronensaft raschen Auf dem Teig verteilen Spreusel darüber geben Circa 40 Minuten backen Klammer auf Eventuell mit Alufolie Bedecken Klammer zu Auskühlen lassen Zwei Sahne steif schlagen Dabei Zucker einrieseln lassen Restliche Birne heiß abbrausen In Scheiben schneiden Klammer auf Eventuell mit Rest Zitronen Im ersten Schritt den Feldsalat putzen Waschen und trockenschleudern Zitrone waschen Abtrocknen und Schale abreiben Saft auspressen und beiseite stellen Chili putzen und grob hacken Kürbiskerne in einer Pfanne ohne Fett bei leichter Hitze rösten und immer wieder wenden Dann mit Feldsalat Öl Zitronenschale und Chili in einem hohen Behälter fein pürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken Schalotten und Ingwer schälen und grob hacken Pastinaken und Kartoffeln ebenfalls schälen und grob würfeln Olivenöl in einem Topf erhitzen und Schalotten und Ingwer mit den Lorbeerblättern etwa 5 Minuten goldbraun anbraten Restliches Gemüse zugeben Mit Wasser ablöschen, eine große Prise Salz würzen und bei verschlossenem Deckel etwa 20 Minuten leicht köcheln, bis es gar ist Sahne dazugeben und 5 Minuten mit Kürt schälen Dann die Blätter herausnehmen und das Gemüse zu einer cremigen Suppe pürieren Mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Zitronensaft abschmecken Auf tiefe Teller verteilen und mit dem Feldsalat Pesto und Kürbiskernen genießen IE4 das Koriandergrün abspülen, trocken schütteln und verlesen Einige Stängel zum Garnieren beiseite legen, die restlichen Blättchen mit den feinen Stielen grob schneiden Die Peperoni längshalbieren von Stielansatz und Kernen befreien, abspülen und in Stücke schneiden Den Knoblauch abziehen und vierteln Das Toastbrot entrinden und in Würfel schneiden Koriander, Peperoni, Knoblauch, Brot, Sonnenblumenkerne, Rinderbrühe und Öl In einen hohen Rührbecher geben und mit dem Pürierstab zu einer glatten Paste verarbeiten Sollte diese zu fest sein, noch etwas Rinderbrühe einrühren Die Soße mit Salz abschmecken Die Zutaten, Klammer auf für 2 Für das Pesto, 60 Gramm Feldsalat, 1,5 Bio-Zitrone, 1 Drittel Chili, 40 Gramm Kürbiskerne, 20 Milliliter Kürbiskernöl, 30 Milliliter Olivenöl, Meersalz und Pfeffer für die Suppe, 2 Schalotten, 1 Zentimeter, großes Stück Ingwer